Hier sehen wir den Kids Club und den Mini Club. Geht's hier rein. Der ist richtig schön groß. Hier ist dann die Anmeldung. Hier geht's dann weiter. Die kleinen Schmöcken. Ach, wie süß. Die kleinen Waschbecken. Da kann man mal so drüber schauen. Kleinen Kloß. Ist aber putzig gemacht. Hier haben wir dann basteln. Hallo. 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 Jetzt spinne ich mal rum.